Ja, also, ich bin Timon, ich bin 18 Jahre alt und mache jetzt hier an der WAM meine Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Ton. Arthur, sag doch auch mal einen netten Satz über mich. Ach ja, du bist ganz nett. Ja! Der Timon, das ist ein netter. Nee, ohne Scheiß, Timon ist halt echt ein wirklich rissbereiter Typ. Er macht echt einen richtig guten Job, ist echt ein cooler Typ. Es macht mir super viel Spaß, ich habe super nette Arbeitskollegen, deswegen freue ich mich schon, den ganzen Rest jetzt kennenzulernen. Also, ich habe den Timon in seiner ersten Woche kennengelernt und der Timon ist unglaublich, ich habe den, was soll ich sagen? Ja, ich habe den Timon in seiner ersten Woche kennengelernt und der Timon ist unglaublich zuverlässig. Also, der Timon, als der sich bei uns vorgestellt hat, da war ja sofort klar, die menschliche Ebene passt, das ist ein super Typ Töfte, so was richtig, so eine große Schulter zum Atem lehnen. Nein, Spaß. Das ist mit Sicherheit jemand, der die Technik oben in der Wamm kompetent vertreten wird, der bei Technik ausleihen, souverän, das Ganze handeln wird. Jetzt bin ich umso mehr gespannt, ja, euch alle mal zu treffen. Okay. Ihr findet mich auch im Technikbüro, weil ich ja, wie gesagt, der neue Techniker bin. Oder zumindest irgendwann Techniker bin. Ja, Hanna, Hanna, kannst du bitte einen netten Satz über mich sagen, bitte? Nee, komm, zwei bitte. Zwei für die Kamera. Ich finde, du bist richtig lustig. Nein, du musst sagen, Timon ist richtig lustig. Achso, Timon ist richtig lustig und richtig aufmerksam. Und passt gut ins Team. Und passt gut ins Team. Ich freue mich. Ich freue mich. Danke, Hanna. Ist gut? Bitte. Ja.